Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Stranded Alien Dawn. Der gute Ken hat jetzt fast eine Unterkühlung bekommen. Hab ihm erst mal noch den vorhandenen Mantel gegeben, den wir noch hatten. Aber ich glaub, diese leichten Turnschuhe, die wir aktuell hier zur Verfügung haben, sind auch nicht so der Buller. Naja, mal gucken, ob Xander jetzt weiter... Vielleicht sollten, warte mal, vielleicht sollten wir auch warme Sachen noch machen. Wir haben nicht genug Stuff, ne? Für warme Sachen. Naja, wir lassen das jetzt erstmal so und gucken mal, wie das hier so weitergeht. So, hier wird weiter Boden gebaut aus Metall. Ich hoffe, dass wir es dann hinkriegen und da dieses andere Ding draufstellen können. Mal sehen. Habe übrigens auch noch... Warte mal, Xander. Ach, das sind Antibiotika. Ich dachte, das wäre Metall, was da rumliegt. Es sind Antibiotika. Ne, okay, Xander. Kannst weitermachen. Ah, schön. Alle schlafen und Xander macht alles, wie immer. 25 von 30. Ich würde gerne morgen Ken losschicken. Das wäre wirklich gut. So, okay, jetzt macht er das fertig. Perfekt. Dann können wir morgen Ken losschicken, wenn er ausgeschlafen hat, gegessen hat. Dann kann er losziehen. Oh Gott. Wieso sind hier minus 11 Grad drin, ne? Warum ist das hier so kalt? Warum sind hier minus 11 Grad drin, ne, Leute? Hä? Wie kann das denn sein? Moment mal. Minus 1 ist auch viel zu... Minus 14 Grad. Minus 14 Grad. Ähm... Funktioniert das überhaupt? Hier, der ist auch nicht an. Einschalten, bitte. Aber die sind alle an. Und trotzdem sind hier minus 2... Ist das hier noch auf? Ne. Das macht doch gar keinen Sinn. Wir haben hier mini kleine Räume. Da wird ja wohl ein Sohnofen funktionieren, oder was? Hä? Minus 5 Grad in der Bude. Das macht überhaupt keinen Sinn, Leute. Okay, wir brauchen viel mehr Strom. Wir brauchen viel mehr Strom. Wir brauchen viel mehr Strom. Warum ist hier nichts drinne? Warum ist hier nichts drinne? Dass das so kalt ist. Okay, warte. Licht und Wärme. Wir machen jetzt hier noch eine Heizung rein. Hier brauchen wir keine, finde ich. Also hier drinne, hier muss keine rein. Die können wir versetzen. So, dann machen wir hier Stück... Also drei Stück. Hier bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, ich lasse mal... Wenn Joko fertig ist, mit Essen. Hier wird die Heizung jetzt gebaut. Okay. Aber es gab da noch so einen anderen Sensor, ne? Hermostat. Heute brauchen wir auch einen CPU-Kern. Oh mein Gott, das ist so furchtbar mit dem CPU-Kern. Wie viele CPU-Kerne man braucht und die einfach nicht bauen kann hier. Grauenhaft. So, ich möchte, dass Joko gleich diese Heizung hier anmacht und Kolibri schlachtet. So, Christa hat eine Forschungserkenntnis. Sehr gut. So, hier ist die Heizung jetzt an. Der Sender schläft bei minus zwei Grad. Obwohl das Ding an ist. Muss das direkt neben dem Bett stehen, oder was? Hä, ich raff das nicht, Leute. Und der Kühlung. Oh no. Okay. 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 Schlafen die? Ich hoffe, die schlafen. Und sind nicht tot. Ja. Schlafen. Ja, ähm. Minus 18 Grad haben wir draußen. Okay. Es macht halt keinen Sinn, ne? Also für mich ist es komplett unlogisch, wenn du kleine Räume hast und in jedem Raum ist auf jeden Fall eine Heizung, dass die denn Minusgrade haben. Was soll das? Hier ist doch alles zu. Hä? So, wie sieht es jetzt hier aus? Hier sind immer noch minus fünf Grad. Oder minus zwei, minus vier. Das ist Blödsinn. Okay. 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 Das macht überhaupt keinen Sinn. Oder sehe ich irgendwas falsch? Also Thermostat wäre auf jeden Fall super, aber diese kleinen Öfen sind halt voll für den Hintern, ne? Also richtig für den Hintern. Oder funktionieren die nicht ohne Thermostat? Nun ja. So, macht denn jetzt hier einer das hier fertig? Das wäre richtig super. So, wir werden jetzt Ken noch losschicken, habe ich ganz vergessen. Expedition. Wir werden, ähm, Trümmer des Steuermoduls. Nein, da kam nur Müll raus. Raumschifftrümmer. Sternenschnuppe. Das gucken wir uns jetzt an. Und dann schauen wir mal, was da los ist. Okay, let's go. Wo du eigentlich noch eine Hose bräuchtest. Hier dir noch eine Hose an, Ken. Und dann kannst du dich, ähm, auf die Reise machen. Genau. Perfekt. Let's go. Und bring uns bitte CPU-Kerne mit. Bitte. So, Lara zieht sich was an. Sehr gut. Abgeschlossen. Ein unerwarteter und erschreckender Anblick erwartete mich dort, wo der Meteorit niederging. In der Mitte eines kleinen Kraters befand sich ein kokonförmiges Nest. Um es herum wuselten riesige Insektoiden, die damit beschäftigt waren, das Gebiet zu säubern und tote Tiere in das Nest zu schleppen. Ähm, ich habe keine Zweifel daran, dass dieses Nest und die Kreaturen, die es bewohnen, aus dem Weltraum gefallen sind, aber ich hielt es für keine gute Idee, in ihre Nähe zu gehen. Ein Nest, das aus dem Weltraum gefallen ist? Vielleicht bist du aus dem Ballon gefallen und hast dir den Kopf gestoßen. Äh, uh, ach, das waren zwei Antworten. Jetzt habe ich die falsche genommen, ne? Oh, Mist. Okay, es war wieder sehr erfolgreich. Nicht so eine Kacke. Och Mann, ey, wir kommen auf keinen grünen Zweig hier, Leute. Oh Gott. Wird zum Tod. Ja, super. Hier sind jetzt fünf Grad drin. Hier sind sechs Grad drin, ne? Hier sind sechs Grad drin, ne? Und da sind minus neun. Hä? Ich raff das nicht, Leute. Was habe ich denn hier? Ach, das Ding ist kaputt? Clara? Sofort? Was fehlt? Was fehlt hier? Metalllegierung. Wir brauchen Metall. Dass man hier aber auch keine Prioritäten setzen kann, ne? So, okay. Da haben wir hier drinnen nämlich fünf Grad. Hier sind jetzt Plusgrade drin, außer hier. Hier sind minus zehn Grad. Warum ist dieses Tier hier drinnen? Ja. Warum ist das Tier hier drinnen? Wir haben ein Haustier. Interessant. Okay, wir brauchen jetzt sofort Metall. Die Person, die hier schläft, wird, ähm, frieren. Wessen Bett ist das? Sender. Okay, Sender schläft jetzt erstmal nicht. Das ist gut. Ich möchte, dass Sender priorisiert diese Heizung repariert. Jetzt. 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 Mach das bitte jetzt. So, da kommt Ken wieder und ich hoffe, der kriegt jetzt erstmal ein bisschen Wärme. Extreme Unterkühlung. Ich hoffe, er holt sich jetzt ein bisschen. Naja, mal gucken. So, Sender baut noch ein bisschen Boden. Das ist gut. Irgendwer muss ja diesen komischen Geier hier noch, ähm, beobachten. Ja, grauenhaft. Also, dieser Kälteeinbruch ist echt übel. Wir haben es immer noch nicht geschafft, hier ordentlich Faktur reinzukriegen. Es ist, ähm, sehr schwer, muss ich sagen. Ja, ganz toll. So, Ken bricht gleich zusammen. Ich glaube, das ist keine gute Idee, Ken. Du solltest vielleicht Ratspielen gehen. Come on. Wenn du gleich vorm Zusammenbruch bist, äh, machen wir das lieber so. Oh, ich hoffe, der Winter ist bald vorbei. So, jetzt gehen beide hacken. Überlege gerade, ob wir vielleicht noch einen klassischen Ofen bauen. So, Marky hat, äh, glaube ich, Treibstoff gemacht, oder? Nee. Was wurde da gerade gebaut? Unsere ganze Ernte geht gerade runter, ne? Also, wir haben gerade, also, unsere ganzen Sachen sind durch die Kälte zerstört worden. Sehr, sehr uncool. So, Baueboden. Weiter geht's genau. Dann können wir vielleicht hier endlich, äh, weitermachen. Zwei fehlen noch. Aber wir brauchen auch noch eine Treppe, ne? Obwohl ich glaube, dass da vielleicht, ähm, nicht unbedingt eine Metalltreppe hin muss, sondern auch eine Steintreppe reicht. Könnte ich mir vorstellen. So, Mütze bauen, ja. Wir haben jetzt draußen zwei Grad. Das heißt, die Kältewelle ist vorbei. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Drinnen sind jetzt 20 Grad, 21 Grad. Perfekt. Das ist gut. Also, das war tatsächlich durch diese extreme Kältewelle. Aber das ist halt super unrealistisch, ne? Also, klar, Kältewelle draußen, minus 20 Grad und so, aber deswegen hat man ja drinnen nicht minus 5. Das ist noch nicht balanced, würde ich sagen. So, ich haue jetzt hier rauf, den Landeplatz. Dann machen wir hier noch eine kleine Treppe hin. Die muss auch gar nicht teuer sein. Wie wäre es mit einer kleinen Strohtreppe? So. Perfekt. Dann haben wir das schon mal erledigt. Also, hier könnten wir dann später irgendwie was in Empfang nehmen. Eine Rettungskapsel oder ein Versorgungsschiff. Bin gespannt, was da kommen wird. Mal schauen. So, let's go. So, hier wird weiter gekocht. Das ist auch gut. Mit dem Zeug, was wir halt zur Verfügung haben. So, hier gibt's eine Mütze. Oh, Landeplatz. Nice. Sender, kannst du mal hier die ganzen Sachen mitnehmen? So, hier fehlen uns nur die CPU-Kerne. Hier fehlen uns nur ein CPU-Kern. Also, drei CPU-Kerne brauchen wir auf jeden Fall für diese Gerätschaften. Und dann mal gucken. So, hier haben wir jetzt 30 Dings drin. Das heißt, morgen werden wir Ken wieder losjagen. Wir werden Ken wieder losschicken. Er steht gerade auf. Perfekt. Sehr perfekt. Nur noch zwei Tage was zu essen. Gar nicht gut. Siehst du, da wäre noch mal eine Idee für Christa. Christa darf jetzt gerne danach noch die Emergency Rations lernen. Statt dem Ding hier. Das finde ich irgendwie eh doof. Destillationen können wir noch machen. Backstein, Betonräume. Ja. Gut. So, Ken. Wenn du fertig bist... Nee, Ken, warte mal. Ken, stopp. Expedition. Können auch einfach erkunden. Trümmer des Steuermoduls. Raumschiff-Trümmer. Wir gehen jetzt dorthin. Let's go. Ich hoffe, dass wir cooles Zeug kriegen. Mal sehen. Minus fünf Grad wieder draußen. Mist. Okay. Batterie kaputt. Wer kümmert sich? Du. Okay, sehr gut. Okay, gut. Gut. So. Jetzt pflanzt du wieder an. Okay. Ich hoffe mal, dass keine neue Kältewelle kommt. Das wäre nämlich sehr unschön. Boah, bitte, Ken. Finde CPU-Kerne. Los. Mach das. Drei Stück brauchen wir. Und eigentlich brauchen wir auch noch ein paar für... für Waffen. Haben wir noch irgendwie eine Armbrust oder sowas? Hier, Armbrust. Bis eine da ist. Let's go. So, da wird gehackt und neue Bäume werden auch noch gepflanzt. Nun gut. So, Expedition abgeschlossen. Ich habe so viel Metallschrott geborgen, wie ich konnte und in einem großen Behälter mit flüssigem Brennstoff gefunden. Es ist ein Wunder, dass er beim Absturz nicht explodiert. Und ja, wir haben Brennstoff. Gut gemacht. Gut gemacht. Wie viel Brennstoff ist das? Wieso haben wir nur noch so wenig Essen? Haben wir allgemein kein Essen mehr? Oh Gott, wir haben nichts mehr zu essen. Okay, Leute, wir müssen... Wir müssen jagen gehen. Es ist zu weit weg. Wir haben nichts mehr zu essen. Okay, das heißt, wir werden die Viecher hier jagen. Und das macht... Joko und Lara. Ihr geht bitte hier hin. Okay, bitte. Was ist das? Was ist das denn mit Jocko? Warum schießen die nicht? Sind die schon beide tot? Okay, sind alle tot. Alles klar. So, nehmt das doch bitte gleich mit. Jocko, schlachten. Lara, schlachten. Okay, nehmt das gleich mit. Wir brauchen Nahrung. Dann könnt ihr gleich euch ran machen und, äh, Essen machen. Shit, ey. Ach, Mann. Das wäre... Ich habe gar nichts mehr hier an Futter, ne? Wir sind komplett... Was ist denn das hier noch? Bisschen rotes Fleisch haben wir noch. Ansonsten haben wir nur Sirup und so einen Kack. Hier ist noch ein bisschen was drin, ne? Nee, hier ist gar nichts drin, ne? Hm, tja. Sieht schlecht aus, ne? Okay, nimm das mit. Let's go. 75 und 40. Es ist nicht viel, aber ein bisschen was. Was können wir denn noch essen? Da vorne ist noch so ein anderes Viech. Da würde ich sagen... Sender. Komm mal hierher. Na toll. Hä? Okay, kannst du holen? Warte, Sender. Schlachten. Okay. Okay, okay, okay. Dann haben wir ein bisschen was. Weil ansonsten haben wir nämlich gar keine Nahrung. Es ist nichts eingefroren. Haben wir hier vielleicht noch ein bisschen Gemüse drin oder so? Auf Lager ein. Wow. Wir haben sonst... Wir haben Antibiotika. Wir haben richtig viel Antibiotika. Das ist sehr, sehr gut. Okay. So, Ken ist noch unterwegs. Holt ein bisschen Benzin. Das ist sehr gut. Raumschifftrümmer. Absturz. Ein großes brennendes Objekt. Höchstwahrscheinlich ein Stück eines Raumschiffs. Wurde in der Ferne... Was wurde in der Ferne abstürzen gesehen? Wenn das so bleibt, wird alles, was gerettet werden kann, in den nächsten Tagen untergehen. Okay. Alles klar. Ken kann ja morgen nochmal los. So, bitte. Ihr müsst kochen. So, was haben wir? Wir haben... 50 Brennstoff. Okay. Ich möchte... das kennen. Holt. Holt. Und befüllt. Holt. So. Ähm... Ja. Ja. So. Okay. Ihr solltet erst mal schlafen gehen, der Mann, ne? Der Gute. Der Ken. Dann können wir ihn morgen losjagen. Auf jeden Fall schon mal cool, dass er Brennstoff gefunden hat. Aber ansonsten sind wir noch nicht wirklich weitergekommen. So, hier ist ja Stillstand. Das dauert auch alles viel zu lange. Nun, ja. Sehr gut. Dann sammeln wir alles ein. Und wir Haare in der Dinge. Und der ist bald vorbei. Dann geht das Gewachse hier wieder los. Oh, guck mal, da vorne. Wir haben nichts zu essen, ne? Was ist mit Joko? Fleischsuppe Limit erreicht. Was heißt denn Limit erreicht? Was? Oh. 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 Wir haben nichts zu essen. Joko, sieh zu. Let's go. Beide kochen. Jetzt sofort. Okay, ihr Lieben. Hier vorne haben wir noch dieses Tierchen. Das werden wir ja auch noch mal killen, glaube ich. Und ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Und freue mich auf die nächste Runde. Oh mein Gott, was passiert hier? Oh nein. Warte mal. Was ist? Oh mein Gott, wie groß sind die denn? Das sind Babys, ne? Schlüpflinge, okay. Ja, darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dann, ne? Macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.